Okay, Halo Blades ist ne wilde Rune im Jungle. Flurry of Attacks and Burst Damage, Drain Opponents and Durability. Wow, das ist einfach das gleiche. Zweimal Drain Opponents and Durability. Zweimal Drain Opponents und Healing. Einmal mit Unflinching, einmal mit Revitalize. Und das einmal mit Unflinching mit dann Triumph und das andere mit Domination. Mach doch mal kurz mein Kopf. Ja. Find's aber cool, also das hier ist bei mir immer ne eigene Page. Yonning. Warte, G ist nicht cool. Okay. In-Game wird mir Armor mit empfohlen als letzte Rune und in Professor wird mir Leben empfohlen. Wahrscheinlich weil das noch mit Heartsteal und irgendwas anderem... Scal ich irgendwie auf Leben? Ja, deine Ult macht das Geld auf 6% Bonus HP. Ach, das Geld auch auf Leben? Ja. Boah, 140 Helfer von Level 18 ist schon viel, oder? Das ist, äh, 6 plus irgendwas an... Das ist 8 Bonus Damage auf der Ult. Das ist jetzt nicht viel, aber... Ja, woher, da sind 6 Armor glaube ich besser. Die haben ne Menge AD. Dann nehm ich lieber die Armor mit. Ja. Das sieht irgendwie nach nem Ghost Game aus, weil ich vor denen sonst nicht wegkomme. Kann das sein? Also, die rennen mir ja alle sowas von hinterher. Vor Arthrox und Yon wirst du da so nicht wegkommen können. Ja, aber vor Draven und Shyvana halt auch nicht. Und Gragas. Also, das sind alles Champs, die mir halt easy ins Gesicht flashen. Und mir einfach 10 Jahre hinterher rennen können. Dann nehm ich lieber mal Ghost mit. Bei Flashen... Ich seh hier nicht irgendwie nen Sinn zu flashen. Klar, Ultimate Flash, aber danach bin ich tot. Das ist nicht Worf. Easter Jewel da nie mal da. Oh, Shyvana hat kein Ghost dabei. Inter. Du könntest Arthrox Queues flashen. Ja, kann ich auch Roadrun. So ist es nicht. Ja. Ja. So, da werde ich auch... Also, ich glaube, da wird Chakshu oder Chakshu ist hier Chakshu. Ich hab auch gesagt, dass in Pro Builds, äh, Tam jetzt mit Road of Ages gebaut wird. Alter, mir wird auch Road of Ages empfohlen. Ja. Ob Jungle, macht das Sinn? I mean... Du kriegst halt nicht viel durch Hardsteel. Außer halt, wenn du im Late Game dann fightest. Nee, aber Chakshu ist doch besser, oder nicht? Ja, wenn du tankest, aber du hast, äh... Du hast auch... Naja, ich geh trotzdem tank. Ja. Ich geh ja... Ich hab Hell of Lates, aber dann hab ich auf der Lame meine 3 Verstärkten Autotacks rauskriegt, die halt 3% Max Hell of Damage machen und Slown. Das ist schon geil. Ich bin... Ich... Weil Grass bringt mir im Jungle ja nichts. Ja. Deswegen ist Hell of Lates schon zu... Ach, das Schock bringt ja auch nicht so viel. Ja, eben. Ich muss dafür einen CC hitten, der echt schwer zu hitten ist. Also Hell of Lates ist einfach nur die Burstruhne. In dem Fall. Aber ich geh trotzdem tank. Ja. Ich find toll, dass Tarm's Healing... Äh, so... Missing-Age-Speed-Healing auch in der Kluber gehört wurde. Finde ich Quatsch irgendwie. Oh, ich krieg aber... Oh, ich krieg Movement-Speed sehe ich. Okay, das ist witzig. Aber die Juxu werde ich halt unnormal tanky. Das ist eigentlich geil. Ja, ich glaube hier werde ich Juxu gehen. 84 Bonus Magic Damage. Das ist schon... Bei Tarm's Ult, äh, das Shield Decade. Ja... Was ist damit? Ne, das Decade jetzt halt. Das heißt. Ach so. Ist das ein Nerf oder ein Buff? Nerf. Das glaube ich jetzt geilere Shield Healing ist, oder nicht? Ja, also man hat mehr Missing-Age-Speed-Healing auf seiner Queue. Aber also das Shield, das man anderen Leuten mit der Ult gibt. Das Decade so. So. Ja. Nicht das Shield, das man sich selbst gibt. Ah ja, okay. Na dann ist ja gut. Ja, also der Jungle Damage ist nett. Alter, dein Missing-Health-Heal. Der wurde ja auch... Das ist jetzt 5% und geht auf 7% hoch. Ja, das wurde ja jetzt auch gebufft, ne. Das ist komplett... Ich hab's jetzt schon gesehen, wieviel du dich heilst. Das ist mehr als früher. Das ist wild. Das war vorher 3 bis 5. War das glaube ich. Shyvana ist Bot-Side, was? Anscheinend, ja. Hat sowohl Blue gestartet, somehow. Ich hab halt nicht getrackt, sorry. Keine Ahnung, wo die gestartet wird. Okay, mein Junkleer ist... Ja, also Joker hat einen guten Junkleer. Im Vergleich zu allen anderen Champs, die ich bis jetzt gespielt hab. Junkleer hat nicht visual genug gehabt, von Arz. Ich hab gesagt, you. Funny. Ah, das wird ein E-Max, ne. Wenn ich ganke mit Hell of Blades, dann schepper das hier ordentlich rein. Ja, der Clear mit E ist sowieso geil. Also E ist ja wohl der geilste Clear-Spell überhaupt. Ich komm mal, ne. Ich hab jetzt, ich hab grad nicht wirklich viel HP. Ja, ich freute den. Ich, 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 ich kann Q drücken. Muss freuen. Ähm, meine E hat ihn nicht gehattet. Ich hab einen Minion gehattet. Ich hab einen Minion gehattet, oder? Warum ist er nicht gestorben? Keine Ahnung, er hat sehr viel gehattet auf einmal. Und ich weiß nicht wie. Ey, eigentlich hätt... Eigentlich... Ne, das ist Betrug. Eigentlich wär er tot. Ich denke, ich sehe ihn auf 10 AP auf einmal hat er wieder 200. Ja, also ein Minion, der wär tot. Geh ich noch dran. Ich hab den Out-Attack-E, ich hab sogar Out-Attack-Resettet, aber es hat anscheinend nicht gereicht. Ja, das hat uns jetzt potenziell das Game verloren, aber hey, äh, danke Riot. Ich hab ja bloß A-Drucks angeklickt, ne, aber die Minion hat leider ne fette, fette Hitbox. Tut mir leid. Kann man nichts machen. Irgendwie ist er aber auch massig. Naja, es tut mir leid, dass du deine Top-Man jetzt useless gemacht hab. Ah. Du hättest ihn wahrscheinlich auf kurze Zeit lang eh out-traded. Äh, ne. Ah doch, mit dem Reset und dann runter rennen. Ja, maybe. LOL. Das ist jetzt lila? Was ist lila? Das Anime heißt Vision Gear ist jetzt lila. Generell, die Pings. Gefahr ist auch lila. Ah, haben sie sich jetzt gegen rot entschieden oder was? Warum? Ist das zu eine toxische Farbe oder was? Ah, lass doch alles gut schieben. Wieso haben die sich ge... hä, wieso haben die rot weggemacht? Ist ja nicht mal Farbmodus. Was, was... Vielleicht gibt's zu viele rote Sachen in dem Game. Ne. Eben nicht. Gibt zwei. Den Vision Pink und den Danger Pink. Ne, andere roten Sachen, die nicht Pings sind. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Habe ich nicht... nie behauptet. Alter, wie viel Damage ich mach. Ja, also komm, Mari. Ich hab die gebürstet, ne. Den Rest musst du schon selber machen. Auch schon vielleicht. Also Hell of Blaze ist nett. Ich muss nur daran denken, dass ich danach echt keine Tech Speed mehr hab. Ich hab den Burstes wild, den ich anrichte. Trager ist es noch nicht. Oh mein Gott. Ah, ich müsste schon wiederkommen, ne, aber... Bisschen Angst hab ich, to be honest. Ey, ich hab' ich so laut! Ja, ich hab' kein Ghost. Der wird mich easy audischen. Ich komm' trotzdem gleich, wenn die Crocs zu mir das zulassen. Vielleicht krieg ich ja einen Knock-Up hin. Oh, der hat gerade geäht. Oh, okay. Oder seine Q macht halt 100. Gut, äh... Fick mir hart. Null Items. So schnell kann ich nicht reagieren. Ey, ich darf halt nicht weh drücken, weil ich zurück genockt werde. Was soll die Scheiße? Das ist so anlag... Er hat nicht mal Items! Ja. Das ist ja das Komische. Oh, Riot! Keine Items macht 200 Schaden pro Q. Wie man Aatrox nerven könnte, Damage von Q auf Champions reduzieren und auf Minions erhöhen, aber nein, man löst ihn einfach so, damit er Champions jederzeit one-shotten kann. Da. Ja. Gott sei Dank, Alter. Good Job. Ey, mit Level 6 hätt ich ihn halt 10 mal gehabt, so, ne? Ich hätt ihn einfach nur repressen müssen. Oh, man. Es ist so wild. Ich war nach Spot-Site. Ja. Ach, das hätte Drake gemacht. Ja, ich wollte es mir erwähnt haben. Scheiße, mein Beitrag. Ja, sorry, ich bin mad über den Scheiß-Adox. Aber wie viel Ult-Damage mach ich jetzt an denen? Oh, okay, 1000. 1000! Achso, ja. Ja, siehst du, die Aria hat zum Beispiel nicht mitbekommen, dass ich hier war na... Ja, gut, weil es nicht hart genug gepingt hast. Oh, lol. Mein, mein Beitrag. Nee. Ich hätt's ja auch pingeln. Ja, dein Bad, dass sie einen Kill gemacht haben, ne? Schon, schon dein Bad. Schon scheiße. Schon echt mies. Würde mich schämen, wenn ich du wär. Ich komme, ich komme. Hast du Glück in Press-Range, oder? Ja, hab ich. Nom? Nein, ich habe keinen Nom, aber ich habe einen Rechtsklick. Nom ab. Das geht gar nicht. Nom habe ich gerade im Jungle benutzt. Verlassen. Ja, aber ist trotzdem ein neues. Oh, sie geht Eis-Forst. Das ist sehr beeindruckend. Echt, die Warner könnte auch easy Chakcho gehen, ne? Oh nein. Oh, oh, oh. Okay. Also Chakcho wäre halt auch richtig wild. Also ich hätte jetzt Ulti. Darf ich Kopf kommen, oder... Verraust du mir nicht? Ja. Nach den zwei missratenen Gangs. Ja. Ich kann versuchen. Okay, er hat... zweimal 300 Schaden mit der dritten Küke gemacht. Wenn du da noch rankommst? Ne. Doch, weil er mich fightet, weil er mich fightet. Loll, er wäre easy weggekommen. Er muss nur über die Alkobe dashen. Soll ich pushen? Ah, ne. Okay. Ja, wir hätten nur über die Alkobe dashen müssen und... 50-50, dann wäre er rausgekommen. Oh, Gott sei Dank habe ich so wenig cool da noch meinen Spell, Alter. Oh, die... Ach ja, ich habe ja Anti-Cool angekauft. Hehehe, geil. Das war eher lucky. Ich hätte auch was anderes gehoben können. Ja, das ist ein kleines Kindle-Jump. Da reinzuspringen, weiß ich jetzt nicht, ne? Also... Also... Ey, mein Jungle-Klee ist ja gottlos. Oh no. Damage ist so stupid. Ne. Ja auch. Ehm... Oh, you're fucking dead, man. Aber ich mach Harald. Sie hat Ult ab. Mhm, mhm. Renn. Run, you fool. Die kann theoretisch richtig weit ulten und Feuerwalt schmeißen. Okay, ich renne bis in die Gaze rennen. Einfach in die Gaze rennen. Nicht, dass die hier auf einmal rübergejumpt kommt. Das wäre schon anders. Er hat Speckor nutzt sich nicht mehr. Da bin ich schnell in der Base. Ja eben. Hinter der Mauer musst du gehen. Das ist schneller als Backporten. Oh, Tyler-Klee-Water ist weg. So, ich kann ihn ja smiten und fressen. Fressen 1,240 und damage 900. Das heißt bei... Ja, eigentlich jetzt, ne? Smite fressen. Lol. Okay, das ist lustig. Alter, bei 2200. Kannst du mit Nunu machen? Oh, wenn du... R drückst und dann schnell genug smite ist, dann kannst du erst ult drücken und dann smiten. Oh ja, wir hatten. Aber dafür musst du sehr schnell sein halt. Ja gut, aber dann würde ich doch lieber Q ult... äh, Q smite machen auf Nunu. Ja. Kragas? Erstmal gepokt. Ey, Boys. Ich habe richtig viel Geld. Ich würde echt gerne nach Hause gehen. Ja, drüber eh. Oh, Shyvana wurde ja genervt, ne? 0,5% weniger Max-Life-Damage auf dem E. Das ist schon hart. Wie ein Nerf. Kapper. Es ist ein kleiner Nerf, ja. Aber es ist echt... Bei der Rhin-Rate, die Shyvana hat, ist das schon lächerlich. Was für ein Nerf das ist. Ich kann dann immer noch Ranked Shyvana spammen, wenn ich Bock hätte. Es ist immer noch ein Turbo-Brokener-Chain war eigentlich. Was baut die, Digga? Gehört das dazu, Chains? Anscheinend. So, die Gegner sind ja fast full. Die sind full Armor. Lol. Mein Bun. Ey, ich hätte hier so ein richtig geiles Liedernis Ungeheuer und damit meine ich nicht mich selbst. Oh, du bist wieder weggemacht. Ja, also warum auch immer du keine Armor Boots rusht, ne? Das frage ich mich bis heute. Weil ich hab's dir haben will. Ja, okay. Aber bringt dir halt trotzdem nichts, wenn er die Lane verlässt. Das Armor ruht sich schon. Die Sache ist, er macht mir ja keinen Outback Damage. Der gesamte Damage ist von der Queue. Ja, ja. Aber trotzdem kriegst du ja Armor über die Boots. Du hast null Armor. Aber... Die Surf-Content-Reduke, 20 Armor, die bringen mir da nicht zu viel. Äh, ne Menge. Weißt du, wieviel Queues dahin sitzt? Loll, der ist einfach nur ein Fressen. Okay, der ist schnell für mich. Oh, was? Dass die Ultan nicht durchging, ist anders frech gewesen. Ja, dass ich da nicht rankomme, ist anders frech gewesen. Oh, was? Aber das... Ja, dafür nehmen wir jetzt den Tower, Alter. Das ist ja todesunlucky gewesen. I'm on my way. Ah, lol, der Harrod macht nicht mehr... 2,5 Blinks. Ja, guck da, dass ich den Tower defenden kann. Nein. Ja, ich hab meine W, ich kann nü. Aber... Du solltest die Minions besser fahren, so. Ich hab ein Tor gestreckt. Ich hab... Ich hab genug, damit wir von meinem Leben zu bleiben. Jetzt hat er keinen Smile, aber ich hab Fressen. Jetzt haben wir ihn aber. Oh, lol. Danke. Let me eat it! Let me eat it! Bonk! Bonk! Ja, okay. Dann durfte ich's halt nicht essen, weil sie geflasht... Ja, genau, sie hat geflasht, Alter. Ach Gott. Aber es ist lustig. Ein Joker auf guter Champ. Ich sollte... Ich sollte jetzt einen Minion fressen, weil jetzt ist mein Old zu lange auf cooldown. Hab den Drake nicht bekommen, deswegen fress ich jetzt das Vieh. Hab fünf Stacks, davon sind... Zwei Champions. Das heißt, drei Minions... Zwei Monsters... Und irgendwas irgendwas... Ich hätte gerne keine Infernal Drakes, dass wir im Gegner kriegen. Epic Monster im Nächsten nehmen. Ja, I try! Aber Mensch, die Warnheit hat er immer so schnell macht, Digga. Ich bin doch schon hingelaufen nach dem Gang, Alter. Ja... Wir haben da einen Kill und Tau bekommen. Das war Gigawolf trotzdem. Genau. Danach hätten wir Drake ja easy bekommen. Die hat aber echt für Drake getunneln. Das ist ja insane, Alter. Ich bin immer top, wenn er... Wenn er dich fightet, ne? Ach, Bruder. Ja, ja, das ist gut. Ich vertreibe ihn nur. Ich muss jetzt resetten. Ich hab zwei, drei Gold. Also... Wer hat bitte nicht gehölt. Ja... Er geht auch Jug Shoes. Okay, lol. Das neue Turbo OP Item. Ich geh jetzt... Ich geh jetzt den Scheiß, Alter. Der ist richtig wild. Hat dich echt zurück... Hat dich echt zurückgenockt. Yikes. Stun ihn! Oh Gott, Shivan hat goldet für dich. Ja, ich hab ihn gestunnt. Ja, Shivan hat wirklich goldet. Aber... Nee. Immer noch nicht genug. Okay. Rah. Lol. Hoppala. Hoppala, Alter. Ja, Tristana, Tristana. Ja, jetzt kommt der Raid-Boss. Springt die Tristana erstmal rein? Hallo, die Minions! Die Minions! Die Minions, mein Gott! Ähm... Oh Gott. Ach, du Scheiße! Der ist ein richtiger Raid-Boss! Ja, rein! Rein! Killt ihn! Ja! Oh Gott, wir sind so fucking low, Alter. Der Raid-Boss, Alter, hat uns fast gefickt. Das ist Arthrax mit einem Item. Und der kann 1v3 fighten. Äh? Ja, okay, Movement ist alles, ne? Wenn er jedes Q, äh... Krittet, dann ist halt auch wild. Ich hab... Ich glaub, die Hälfte seiner Qs wegge... Äh... Wenn ich die nicht weg, Movement, Alter, dann... Dann... Dann wär ich schon längst tot gewesen. Aber Amor, lol. Warte, ich hab Shyvana gegessen und hab jetzt schon wieder Essen ready. Haha! Ist auch sehr witzig. Guter Champion, by the way. Okay, sollte gehen. Okay, ich hab meinen Beitrag erlässt. Wie oft ich eh ready habe, Alter. Ey, warte mal! Moment! Ist mein... Ist meiner. Danke. Die hat mich nur ge-eht und ist dann wieder gegangen. Vorsicht, Shyvana kommt, ne? Die war hier grad bei meinem Bluer und hat ein bisschen vorbeigeguckt. Aber die hatte, glaub ich, Angst vor mir. So denk ich, wie ich war. Sind eine eh gemacht und merkt, dass sie kein Damage machen. Easy. Was werde ich gepinkt? Ja, Midlane. Pff. Nee. Sorry, man. Sorry. Wollen wir Harry machen? Äh, hier. Wollen wir Harry machen? Ich hab's weit Essen. 1200 und nochmal 1300. Das ist schon lustig. Ich muss mein Tower dafür schauen. Ja, du bist dein Tower. Das probieren. Kommt der zu uns? Kann sein. Ja, dann probieren. Ja, dann probieren. Ja, dann probieren. Das ist dein Tower. Da ist er. Bei 2,5 kann ich smalten. Okay. Ich wollte ihn essen, aber gut. Dann halt nicht. Oh, ja. Fight the Raid, Boss! Okay, wir sind beide auf die Seite gegangen. Das war sehr dumm. Oh, come on! Als ob er nicht erflägt hat. Oh, Drake, Guys. Ja, Shyvana läuft direkt hin. Genau in dem Moment darüber dash, wo ich Auto attack. Schiwana läuft da hin, ne? Wir brauchen richtig... Ja, sie wird den easy weg machen, Alter. Okay. Der ist jetzt schon gone gleich. 5, 4, 3, 2, 1. Weg. Ah, okay. Jetzt ist er weg. Weg. Oh, ist immer noch nicht weg. Okay, jetzt aber. Weg. Wie lange braucht die? Er ist gerade alleine. Die macht die nicht. Doch. Ich esse ihn! Oh, what? Okay. Schade. Das war my bad. Einer hat Dreck von mir und ich hätte sie essen können. Ähm. Moin. Ey, mein Q braucht ja 3 Jahre im Vergleich zu Jons Spells. Was für Surrender? Bist du bescheuert? Das ist der Midlaner, oder? Es ist ja sowas von der Midlaner gewesen. Das ist immer der Midlaner. Der steht 4-1. Wieso surrendert er? KDA-Player, be like. Alter. Das Game ist absolut Turbo-Winable. Die war natürlich 0-3. Die ist ja 0-Gefahr für irgendjemand von uns. Äh. Ja, wenn ich in der Fresse stehe. Äh. Perfekt. Den fresse ich aber. Komm jetzt her! Mein Gott, dann dascht, flasht er weg, Alter. Der hat noch ignited. Oh mein Gott, Jungs. Ähm. Warte. Ich muss jetzt basen und überlegen, was ich mir vor mich kriege. Wollt's den hier? Wollt's den hier? Wir reißen jetzt Top-Lane ein. Oi! Der Support Kragas, der ist 3 Level unter mir. Super Kragas. Ja, der war, glaub, 10 Minuten oder so ab K, oder? Das sind die Minions. Was? Ich bin ja so riesig. Lol. Ich hab die Ari nicht gesehen. Ich dachte, sie ist gebackt. Ha! Ich stand einfach bei mir drin. Warum holt sich der John als zweiter sich direkt im Borg und als erstes? Fuck. Alter, what is this flash, Digga? Do you know me? Ähm. Ja, I mean. Oh. Nein! Wenn du triffst, könnte ich ihn essen! Oh, er hat gedashed! Der Wichser! Als ob er mich mit diesen Items fighten darf. I mean. Hey, guck dir an, was ich hab. Au. Und was hat er? Ein Crit-Item. Gelb. Ja, ich bau direkt Randoins, Digga. Es ist ja illegal. Ich hab Anti-Attack-Speed und ich bau jetzt Anti-Crit, Alter. Nur wegen ihm hier. Randoins bringt dir aber nicht viel, weil du hast jetzt schon einmal die Rock-Solid-Persive. Ja, aber ich krieg die Anti-Crit-Persive. Minus 20% Crit-Damage ist sehr gut. Der Slow ist auch nicht schlecht, dann bleib ich an den Gegenden dran. Also ich bau das auf jeden Fall, Alter. Egal, was du sagst. Alle anderen Items sind useless. Alter, das ist die Gibana. Ich wär so oder so gestorben. Ja. Au, ich durfte keinen Q drücken. Minus 20% hat für mich geholdet. Sag mal, wurde die Tristana... Ist das dein Ernst? Die wurde von dem Draven gefickt? Ja. Ja. Oh, muss ich denn hier alles alleine machen, Alter? Der Draven, der Draven, da rennt die halt runter, weil die Tristana, apparently ich weiß, wie man sich selbst spielt. Ja anscheinend. Danke. 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 Für die Ult. Der Ult-Stack, Digga. Ey, ich wollte nur noch Chaos-Stack mehr, wollte ich nicht. Fünf Champions devoured. Vier Minions. Das heißt, ich hab noch zwei Minions free, Alter. Geil. Bin ja so chonky. Find's gut, dass ich jetzt weniger cool auch noch auf den Ults hab, lol. Zwei und vier Sekunden hab ich gerade. Auf Level 3 hab ich 36 Sekunden. Hä? Das ist ja geil. Ja, warst du schlecht, das ist einfach ein Spell. Das ist so ein stummer Bach. Dass ich nur fünf Gold kriege für den Lasted, ist ja so eine Scheiße. Wir gehen auf den da, egal was der Glagas macht. Oh, außer ich ess den jetzt. Ah, okay. Jetzt du wohl gerne, ne? Hallo, können wir den bitte low kriegen? Ich hab ihn gegessen und er hat sich gelipesteilt. Du Bastard. Das ist alles back to Drake, ja stimmt. Ah. Jaaa. Ha! Lol. Digga. Dafür ist noch Zeit, ich resette. Da war noch 500 Gold, man. Ich kann einen Iron Pot kaufen. Aber mach ich doch. Für den Drake. Ich glaub das Geld war für die EG. Hier. Macht vielleicht. Nein. 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 Hallo, wo ruft die Ari hin? Wo ruft ihr hin? Nein. Nein. Ich muss mich schnell zum Drake und den Death dann halten, ich guess. Ich hab ihn genug gehabt. Wegen hinter euch. Boah, das ist wieder Flash. Ja. Ich hab mein Fressen überlebt. Der Keg. Ich hab keinen Smite gerade für 18 Sekunden. Ähm. Okay. Jetzt bin ich nicht mehr so tanky. Ich geb er ist im Death. Ich hab den Wolf gebissen und ihn nicht getötet. Das war... Pfff. Aua. Das tat schon weh in meinen Augen. Arthodox! Ich hab Jugchos. Du hast Jugchos. Los, Jugschonen wir uns eigentlich. Ja, ich komm nicht ran an den. Der macht eine weh und ich komm nicht wieder hin. Ähm. Okay. Oh, come on. Da ist ein Gragas. Ja, okay. Also der Rude interessiert mich ja überhaupt nicht. Ey, wir sind beide schwächer als die. Weil einfach Arthrox in Raybors ist. Digga, ich komm nicht ran. Da. Er hat schon wieder runter. Alter. Könnt... Alter. Das ist doch... Also wo ist unser Team? Was macht unser Team? Hä? Zehn Jahre fighten wir die. Unser Team steht am Tower. Ja. Zehn Jahre fighten wir die. Jon kommt dazu. Jon kommt dazu. Ja. Ja. Du zeigst Digga. Kann bitte irgendeiner von euch APs Liandre spawnen? Ja. Also wenn ich das sehe, ne. Ähm. Die Sache ist... Ari ist ja ein Burst Mage. Lux ist ein Burst Mage. Ari ist nicht nur ein Burst Mage. Du kannst auch mit Liandres Bursten. Ja, ich weiß. Ui, wir haben den Gragas bekommen. Ist ja... Huge. War fast 12. War fast 12. Ich meine Rapport ist auch gone. Ey. Ich ausdiff die Junglerin so hart. Ne. Ich werd so gebacked. Scheiß fucking Adricks, Mann. Hau. Ich fühle mich halt nicht wie ein Drei-Eichen-Tipp. Hahahaha Good Job. Das war geil. In der Luft gefressen habe ich den Wichser. Ähm. Okay. Ist auch illegal was da passiert. Nein. Tut mir leid. Ja. Mal bei, dass ich diese 0,1 Sekunden nicht weg durfte. Nein. Ich hab gleich Ulti. Och man, wer hat die noch gebackt? Die Tristana, ne? Die Tristana gewesen sein, ja. Help me? Maybe? Arthrox in der Base? Ja. Also. Ich hab kein Problem. Kleines Problem in der Art auf der Base. Alter. Ja, ich steck. Essen! Ja! Ich hab sie gegessen. Du blöde Kuh. Ja, äh. Ich konnte nicht deffen, weil ich war im Fight. Die haben uns davon abgehalten. So, er ist jetzt... Oh mein Gott. Zwei Apealer gegen den Ombi-Member. Das tut so weh. Wo ist Tristana? Warum ist sie tot? Was hat sie getan? Wo ist sie? Wo bin ich? Dass ich zehn Jahre brauche, um jemanden zu töten. Ist halt auch wild. Ey, imagine, die Ari hätte Leandrus dabei, ne? Aber, okay. Ja, ja. Ein bisschen mehr sterben. Habe ich Ja gedrückt? Ja, egal. Warum habe ich Ja gedrückt? Egal. Easy schreibt sie. Alter. Wie unzufrieden ist sie mit ihrem Leben, frage ich euch. Also, dass man so viel Z-Spam ist schon... Puh. Da muss man irgendwo auch am Leben vorbei gedriftet sein. Sag ich wie es ist?